Splasher, ist jetzt die Story? Alles war normal, ja, ich war mit Jerry on the way in my love time und alles war normal. Also war unten noch schön an der Coast of Life gewalkt, nicht nur am Puff, sondern auch down on the way, du weißt, was ich meine, du Splasher. Aber es war alles normal. Und da gab es auch Hubi-Bar, noch einen kleinen Kümmelkorn, alles war normal gemacht. Und schön Dab-Bier, alles war normal, unten am Automaten. Ich muss schon sagen, du bist mir so ein kleiner Splasher, hä, du kleiner Bundestrainer, erzählst uns hier so eine Scheiße im Fernsehen. Aber ich kann mir richtig vorstellen, du bist ein kleiner Splasher, hä? Ich muss immer was questionen, denn deine Frau, die findet das bestimmt nicht geil, wenn du hier rumläufst, hä? An der Coast of Life, schönen Puff und so, hä? Erzähl uns die Story, du kleiner Splasher. Ich kann mir das richtig vorstellen, hä? Machst ja auch artig, du Splasher, oder? Ja, erzählst du uns, du Wechsel, hä? Alles noch normal? Ja, alles normal, würde ich sagen. Ich stand auch dazu, dass alles normal gemacht wurde. Wir waren nicht nur an der Coast, wir haben schön Eros einen klar geschossen, unten an der Spielhalle. Und noch ein bisschen einen klar geschossen mit Jerry. Wir waren vorher noch mal schön bei Eros rein, aber der Eros ist ja auch nicht mehr ganz so smart wie früher, alles war an normal. Und waren noch bei Winnie, schön Wichskabine, haben noch mal einen reingewatcht, schon ein bisschen heftiger, alles klar gemacht, alles war normal, würde ich sagen. Und dann sind wir hinten noch mal schön UCK, Nikolaikirchen noch einen runtergeholt, alles war normal, würde ich sagen. Hm, und schön Döner am Puff, alles war normal. Und überhaupt, äh, Eggers State Street ist alles normal, würde ich sagen. Und weißt du was, so ein kleiner Splasher wie du, der hat gar keine Ahnung von der Coast, ne? Ja, man muss einfach mal nach Kiel gehen und sich da schön eins splashen und dann ist alles sowieso normal im Life of Life. Hm, aber weißt du, man, du bist ja so ein kleiner Wichser, hä? Erzählst uns hier wieder so eine Scheiße. Aber eins muss ich mal sagen, er hat gerade seinen Stick rausgeholt, Mann, ist das ein Riesenvie-